Ja, schönen guten Metal, Leute. Ich bin's wieder. Euer Arnie. Und ich hab noch jemanden mitgebracht. Einen lieben guten Freund. Schönen guten Metal, Leute. Schönen guten Metal, Leute. Ich stehle mir einfach, ich brauch hier nix eigenes. Bin davor ausgegangen, das passt so. Ja, 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 ja. Hört dir leicht, das mal auszudrischendurch. Das ist ja alles gut. Perfekt. Weil ich weiß ja, wie oft ich aufgeschmissen wäre, ohne dich in Sachen Computer, in Sachen Technik, in Sachen irgendwas. Du kannst ruhig mein Intro klappen. Nur wenn der Maddox das nochmal macht, dann krieg ich da was an Kopfhörern, Junge. Okay, pass. Vudel, ich hab dich heute eingeladen und wollte dich fragen, ob du mich heiraten willst. Ja, danke. Ja, wir sind sehr, wir sind komplett unvorbereitet. Also, das ist hier gerade alles sehr, ich hab gerade meinen Rechner hier aufgebaut und so weiter. Vudel wartet schon seit einer halben Stunde und das war alles so von Holter die Polter. Aber wir haben gedacht, wir wollen mal... Wir haben dafür gemäß mehr Gas. Genau, wir geben jetzt richtig Gas. Wir geben jetzt richtig Gas. Ich dachte, wir quatschen mal so ein bisschen durch, was die letzte Zeit so beim Wongel alles passiert ist. Da waren ein paar sehr interessante Sachen bei, auch ein paar sehr interessante Kommentare, die ich bei mir unter dem Video hatte oder unter den Videos, auch unter dem Stream von uns beiden. Leute, falls ihr Fragen zu unserer Meinung dazu irgendwas habt oder was wir darüber denken, haut so ruhig hier drunter. Oh, übrigens, Ben, ich hab gerade das Mikrofon betatscht. Okay. Das ist ein Insider. Na, das ist kein Insider. Das ist super offensichtlich. Eigentlich schon. Ja, wir haben uns hier mal so ein... Oder ich hab mir so ein paar Themen aufgeschrieben, die ihr mir, ja, wo ihr mich angeregt habt. So was mal, ich mach mal hier Ding, so. Finde ich übrigens sehr schöne Thumbnail, oder? Ich hab das wieder wunderbar hinbekommen. Großartig einfach. Ich bin einfach... Schön, dass ich das nix sehe davon. Ich bin einfach Experte. Du kannst es ruhig glauben. Geht's auf meine Thumbnail, Bruder? Ja, passt. Meine Thumbnails sind doch immer überragend. Ich hab letztens von Jack Fromsthoff zu hören bekommen, ich mach Thumbnails wie ein Fünfjähriger. Mieser Sack. Ich zähne in die Fingerkriege. Kann der nur die Wahrheit sagen. Ich zähne in die Fingerkriege, Bruder. Das ist aber Turn-up hier. Ja. Zum Beispiel wurde ich gefragt, was könnte Rainer jetzt dazu bewegen, oder was könnte dieses Dorf Emskirchen oder Altschorberg, was könnte da jetzt Ruhe einbringen? Weil Rainer da ja ständig rumturend, Rainer ist da aber nicht gemeldet. Rainer hat ja keine gescheite Meldeadresse. Das heißt, er hat ja keinen festen Wohnsitz. Das sagt er ja auch ständig. Und ich kann mich ziemlich gut daran erinnern, das ist noch nicht allzu lange her, etwas mehr als ein Jahr. Ständig, wenn da Pilger aufgetaucht sind am ASB, haben die von der Polizei einen Platzverweis bekommen. Wäre es für das Dorf, für die Stadt Emskirchen, für das Dorf Altschorberg, nicht vielleicht sinnvoll, wenn die Pilotzei Rainer einen Platzverweis gibt. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt wie Dorfverbot, also komplettes Dorfverbot. Oder es gibt die Mucke dazu. Von Dino Duncan gibt es Dorfverbot-Mucke. Ja, stimmt. Das hätten wir unterspielen sollen hier. Ob es da so ein Dorfverbot oder komplett Stadtverbot, gibt es sowas? Ich habe mich da auch nicht schlau gemacht. Wie gesagt, das war jetzt alles hier von ... Mir wird schon reichen, Beckverbot. Oh, Beckverbot wäre großartig. Aber der kriegt ja ... Das wäre nice. Der bekommt da ja kein Hausverbot, ne? Nein, dann natürlich nicht. Die Sache ist auch die, wenn er wahrscheinlich Platzverweis kriegen würde, gilt trotzdem das Hausrecht. Dann bleibt er halt überhaupt immer im Beck. Ja, gut, das Ding macht ja irgendwann noch zu. Irgendwann macht der Beck ja auch zu. Und dann muss er ja weg. Weg vom Beck. Muss er das? Nö, gehe ich von außen. Wenn sie umstellen auf geschlossene Gesellschaft, das war auch bei Mars lang so, wie es angefangen hat. Ja, aber die werden den Duli doch nicht im Laden lassen. Und da ist ja noch ein Rewe mit dran und so. Die werden den ja nicht im Laden schlafen lassen oder irgendwas. Kann ich mir nicht vorstellen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ... Ich meine, es gibt immer noch die Majom. Ja, stimmt. Und wenn die sagt, okay, er darf da bleiben, das war ja bei Platzverweis genauso, in dem Moment, wo man aber hier irgendwie, keine Ahnung, doch irgendwie ansässig ist, im blösten Fall nimmt er ihre Anschrift. Das habe ich mich auch gefragt. Ich meine, ich weiß auch nicht, wie gut das ihr behagen wird und ob sie das ja unterstützen wird. Aber da sie ihn bis jetzt immer unterstützt hat, würde das wahrscheinlich die Regelung aushebeln, weil man kann nicht ein Verbot kriegen für sein eigenes Umfeld. Ja, es könnte sein, dass Marion ihn einfach ... Oder dass Marion seine Meldeadresse ist. Könnte sein. Meinst du ... Ich habe auch immer über Marion öfter mal nachgedacht. Irgendwann ... Es hatte mal eine ganz kurze Zeit. Da tat mir Marion irgendwie leid. Dann dachte ich erst, sie ist einfach nur sehr gutgläubig. Dann glaube ich, sie ist ... Ja, sie sieht Rainer als Rudis Bohr und will ihn wirklich beschützen, will ihn ... Also ich weiß aus zuverlässiger Quelle, die ich hier nicht sagen werde, Furchtluch, dass ... Grüße, Herr Haus. Dass Marion öfter mal den Pilgerfahrt abgefahren ist mit dem Auto, um zu gucken, ob da Leute sind. Kontrollfahrten, jawohl. Kontrollfahrten. Ja, ich habe das auch gesehen beim Furchtluch. Ich habe damals schon gut gelacht. Ich habe gesagt, wir haben uns im gegenseitigen Einverständnis gegenseitig gefilmt. Und abgenickt. So auf, okay, wir bringen es nicht. Ja, das hat mir gut gefallen. Ja, das hat sie damals getan. Aber man hat jetzt auch gesehen, wie sie ihn ab und zu abgeholt hat. Man hat ja diese Videos, die wir halt alle nicht zeigen können. Die Besucher-Videos, ja. Man hat ja da ein bisschen gesehen, wie halt am ... Weiß nicht, was das ist? Am Parkrand irgendwo abgeholt worden ist von ihr. Vor kurzem erst. Vor einer Woche, oder was ist das? War das nicht an dem Waldrand da in der Nähe, wo er campiert hat? Ja, genau. Da waren ja irgendwann sehr viele Hater da und ich gehe mal davon aus, dann wird er eine WhatsApp oder jetzt angerufen haben, du, ich muss hier ganz dringend weg, die greifen mich hier an, die sind mit fünf Mann da, lassen mich hier nicht weg oder so. Und dann ist die da hingefahren, hat ihn abgeholt, ne? Ja, kann nicht mein Leben erleben. Oder es ist halt einfach sein Survival-Video ausgewiesen und dann wollte er doch wieder unter Dach. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Er hat ja wirklich diese Nacht da geschlafen. Also einmal auf jeden Fall, ja. Einmal hat er da geschlafen. Also da kam auch eins der schönsten Besucher-Videos, die kann ich nur empfehlen vom ASB-Mafia. Das ist so ein 30-Minuten-Video. Ist auf Drachen-Chronik zu finden. Ja, ehrenhaftes Website im Internet. Ja. Wenn ihr da ASB-Mafia eingebt, da findet ihr dann ein, ich glaube, 33-Minuten-Besuchs-Video. Kann man sich sehr gut angucken. Finde ich super gut. Finde ich echt. Ich habe heute schon wieder ein Neues gesehen, wo er wieder mal seine Jünger empfangen hat. Das hat gut ausgeschaut. Er hat wieder seine Spezial-Rambo-Penner-Handschuhe an. Die sind auch wild, ne? Ja, die finden aber super irgendwie. Was er sich dabei gedacht hat. Ja, nicht viel. Was hat er gesagt? Andere laufen so im Fasching rum und ihm hat es gut gefallen. Karneval heißt das bei euch. Karneval, Fasching, ja, Fasching auch eher. Du hast ja, ich meine, das waren ja wirklich so Piratenhandschuhe. Da war ja so eine Totenkopf-Flagge drauf aus Metall. Totenkopf mit so zwei Knochen. Und das hat er ja abgemacht schon. Ich glaube, es ist einfach abgefallen, weil das Zeug halt einfach nicht gemacht ist für tägliche Verwendung, sondern halt wirklich eher was für einen Karneval. Aber meinst du, die sind beide gleichzeitig abgefallen nach dem zweiten Tag irgendwie? Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube, die hat er schon abgemacht. Ich glaube, es ist, glaube ich, auch nicht. Ja, auch stimmt. Das ist natürlich nicht auf der anderen Seite. Das ist wahr. Ich glaube ja, vielleicht ist eins runter und dann hat das andere abgefrimmelt irgendwie. Ja, das kann so sein, dass es wieder gleich ausschaut. Realistisches Szenario auf jeden Fall. Ja, stimmt. Was er sich bei diesen Handschuhen wohl denkt, ich meine, die halten ihn nicht warm. Ja, die Finger sind offen. Denkt er sich, so Muckimänner im Gym tragen die ja auch und wenn er die trägt, sieht er vielleicht auch ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen sportlicher aus oder ein bisschen gefährlicher, ein bisschen mächtiger. Vielleicht fällt es mit diesen Handschuhen nicht so auf, dass er halt als Cheating-Move, damit er besser zuhauen kann, die Daumen reinnimmt in die Faust. Man weiß es nicht. Einfach als Daumenschutz nimmt er das Ding. Ja, das Zuhauen tut ihm so weh. Ich weiß auch nicht, warum. Die sind wahrscheinlich von innen komplett gepolstert, von außen sind so, naja, gut. Auf jeden Fall hat er jedenfalls heute wieder Prügel angedroht. Also einen Platzverweis, ich würde diskutieren. Man weiß auch nicht, wo es dann hingeht. Wahrscheinlich in irgendeine größere Stadt. Aber es wäre, glaube ich, für ihn wäre es das Schlimmste, wenn er weg müsste aus seiner geliebten Umgebung, die er halt kennt. Man hat das früher schon. Übrigens, wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt oder wenn ihr euch da besser auskennt, auch in Sachen Recht hier mit dem Platzverweis und so weiter, schreibt es gerne in die Kommentare. Und ihr wisst ja sowieso, Leute, macht Radau unter dem Video, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da, abonniert gerne und Grüße gehen immer bei diesem Thema raus an Einfach Mimon. Ganz viel Liebe, ganz viele Grüße. Einsfach. Einsfach Mimon. Ja. Ist in der Videobeschreibung verlinkt, Leute. Falls ihr den nicht kennt, ist es wert, da mal vorbeizuschauen und ein bisschen Liebe dazu lassen. Ja, dass er da seine Heimat immer noch sieht, dass er seine Heimat immer noch sieht, das hat man ja auch schon während der 4Drager-Staffel gemerkt. Als er dann losgefahren ist, er fährt mal nach Bremen, einen Tag später ist er wieder in Emskirchen. Er fährt nach Hamburg, einen Tag später ist er wieder in Emskirchen. Er fährt nach Köln, einen Tag später ist er wieder in Emskirchen. Also, dieses Gefühl, das ihn da immer wieder hinzieht, es muss ja die Heimat sein. Er hat aber diese Heimat ohne dieses Zuhause ankommen. Und ich glaube auch, ich habe das damals schon ein paar Mal gesagt, diese Idee, die er hat, einfach auf der Straße leben, im Auto, oder die Idee, die er hatte, oder jetzt wieder hat, wenn doch nur der Führerschein wieder da wäre. Dieses, ich fahre durch Deutschland, schlafe im Auto an Raststätten, erlebe viel und so weiter. Ich kann mir, also das hört sich ja auch cool an. Ich habe das ja letztens, als ich gesagt habe, Da haben wir verschiedene Vorstellungen. Ja, wir haben ja letztens auch hier diese, jetzt wollen wir uns bei dir treffen wollen. Habe ich auch gesagt, vielleicht fahre ich einfach von Spanien aus mit dem Motorrad zu dir hoch, mache da irgendwie so eine Zwei-Tages-Tour draus und nehme halt auch ein Zelt mit und so weiter. Einfach so eine, Ja, aber das ist halt nur eine ganz kleine und gewisse Komponente. aber das ist halt im blödesten Fall, okay, na, ist nix, dann doch Hotel und durchfahren oder so und wenn es recht schüttet oder so. Ich meine, das ist ja, du hast trotzdem irgendwo ein Ziel und du hast danach auch ein Ende von diesem Abenteuer. Richtig. Und ich glaube, das ist halt das Wichtigste daran, dass du auch wieder weißt, dass halt zu Ende ist, diese Reise und vielleicht fährt er deswegen auch immer wieder heim. Es kann aber auch sein, dass er es sonst nicht schafft, dass er seine 150 Euro Verbrauch zusammenbringt, wenn er nicht jeden Tag um 50 Euro rumfährt mit dem Zug. Außerdem ist natürlich der Zug halt auch eine gewisse, das ist für ihn schon eine gewisse Stabilität, weil in dem Zug drin passiert ihm nicht viel. Es ist trocken, er kann da stundenlang rumeiern. Nee, ich dachte ja wirklich noch an den Ford Ranger damals, dass er mit dem Ranger rumfährt, seine Tour durch Deutschland Staffel mit dem Ford Ranger. Dass er da sagt, ich schlafe im Auto, ich sehe viel, ich sehe große Städte, ich kann durch ganz Europa tingeln, müsste mich natürlich vor Kranken versichern. Was ich dazu sagen kann ist, im Ford Ranger schlafen ist natürlich das Dümmste, was man sich vorstellen kann, besonders wenn man beleibter ist und man schläft mit angewinkelten Beinen, weil er kann ja hinten, ich weiß nicht, wie er es vorgestellt hat, er kann ja hinten auf dieser Ladefläche nicht liegen. Hast du gerade gesagt, super Winkel, dann gibt es ein Bann, weißt du, ne? Okay, dann tschüss, mach den Rest allein, bye. Mit angewinkelten Beinen, angewinkelten Beinen. Mit angewinkelten Beinen sowieso eben, mit angewinkelten Wasserbeinen. Und da ist halt das Problem schon. Schlafen stundenlang ist ein richtiges Problem, weil einfach das Wasser sich da unten immer mehr staut und halt immer weiter runterpumpt wird. Korrekt. Das wird halt immer schlimmer. Wenn die Winklerbeine im Winkel sind, das ist das Ding, da ist der Stichwort, die Winklerbeine im Winkel, das wird schwierig. Ja, aber es ist halt, es war sicher mega schlecht für ihn, dass er das getan hat und er hat sich auch beschwert, wie er das mal zwei Tage hintereinander gemacht hat, weil er ist halt wirklich nur zum, was nicht zum Tanken ausgestiegen, und damit er sich halt, keine Ahnung, diesen Raststätten-Café reinrendert, den er nachher kommentiert hat. Er so, ich bewerte ab jetzt Tankstellen-Cafés, aber auch nie wieder gehört. Er ist ja auch bei Reiner immer so ein Ding, ich habe jetzt eine Idee und diese Idee, das wird jetzt richtig geiler Content, dann siehst du ein Video davon und dann ist das wieder vorbei. Das heißt, auch nicht richtig geiler Content war. Ja, aber andererseits erzielt er auch nichts durch. Es hätte ja was werden können. Es hätte ja was werden können. Ja, er hätte einfach Brot und Brötchen machen können unterwegs. Genau. so gekaufte Brot und Brötchen, die er halt, weiß nicht, meinetwegen zerlegt und reinschaut, was drin ist und wie er es halt vergleichen kann zwischen den Bundesländern oder was auch immer. Ey, zum Beispiel. Es wäre nicht viel Content, aber es wäre irgendwas gewesen. Es wäre irgendein Content. Ja, genau. Was er halt immer bringen, er ist ja sowieso das Zeug. Ja, er könnte, was weiß ich, das Ding ist, er filmt sich ja auch sehr oft beim Essen. Anstatt sich beim Essen zu filmen, könnte er ja auch einfach das Essen filmen und das bewerten und könnte sagen, was weiß ich, hier habe ich mir ein Salami-Brötchen gekauft. Guckt euch das mal an hier, was nicht, wie heißen die alle? Surveys und wie die alle heißen. Ich eben hier, mach das auf, da ist nur eine halbe Scheibe Salami drauf. Da finde ich schon irgendwie ein bisschen, ey, das wäre ein bisschen Content. Es wäre irgendein Content und er ist sowieso da und kauft sich den Dreck. Er hätte auch noch was draus ziehen können. Aber diese Idee immer, ich mache jetzt das und das und das wird jetzt eine geile Videoreihe, dann kommt ein Part und dann ist es vorbei. Dann, das haben wir ja nicht nur gesehen bei diesen Tankstellencafés, das haben wir ja auch gesehen bei den Survival-Videos. Es kam ein Part. Ich bin froh, dass jetzt die 60-Video-Staffel gekommen ist. Ey, damit kannst du nicht... Die haben wir halt geschworen. Ich mache für jedes Video, was man macht, mache ich einen Song. Die Sommeroffensive, das wird meine. Wie wird denn... Und das... Also theoretisch, theoretisch hatte ich mir gedacht, so, ja, 30 Kilo... 30 Kilo abnehmen, 30 Lieder zunehmen. Schauen wir mal. Und jetzt hat er halt zwei Videos gemacht. Ich habe natürlich vier Lieder gemacht, aber ich bin davon ausgegangen, dass er noch zwei Videos macht. Ich wollte ja fragen, erst mal, machst du denn, weil er macht ja jeden Tag zwei Videos, es ist ja eigentlich ein Video. Es ist ja eine Zwei-Minuten-Fassung auf TikTok und eine Vier-Minuten-Fassung dann auf der anderen Plattform. Und machst du, weil das ja im Endeffekt, das sind ja zwei Videos, machst du dann zwei Songs oder einen Song? Ja, habe ich ja. Na, schon zwei. Passt schon. Also jeden Tag zwei Songs. Ich meine, ich gehe davon aus, dass er sich ja auch, also was wir uns ja im Stream angeschaut haben, diese coole Discover, was er beschrieben hat, weil sonst hat er nichts gemacht. Von diesem... Ich habe schon wieder alles vergessen. Das Heroes of Might and Magic. Und dass er ein Arkan-Drache ist, der super schön toll zeichnet ist. Und er hat nach Sponsoren gefragt, während er den Titel des Albums falsch betitelt hat, im Titel beschrieben hat und benannt hat. Und das Lieblingslieb nicht nennen er können. Ja, und das Lieblings ist Nummer eins gewesen. Ja, und danach hat er aber gesagt, vielleicht war es auch nicht Nummer eins, weil Nummer eins war irgendwie so dieses Arkane-Starter. Arkane-Winter. Aber das hat er nicht hinkriegt. Er hat ja wirklich... Also, in dem Video war... Wir haben ja eine Checkliste gemacht. Von null bis elf. Elf Checkpunkte, die er hätte mitnehmen müssen. Er hat gleich mal ein Minus-eins von uns reingedrückt bekommen, weil er den Namen falsch benennt. Ja, ist auch richtig. Er ist dann bei eins von elf gelandet. Und hat dann nach Sponsorenaufträgen dafür gefragt, für sowas. Das kannst du dir auch nicht ausdenken. Aber ich war irgendwie überrascht, dass er überhaupt einen Punkt schafft. Ganz ehrlich, also, dass er zwei Sachen bringen kann. Er hat das Genre genannt, die man akzeptiert. Irgendwie Power-Metal, das haben wir ihm einfach durchgehen lassen. Und er hat ganz klar das Release-Date genannt. Und da hat man dann halt auch gesehen, dass er da gerade ein Album vorstellt, das einfach sieben Jahre alt ist. Ja, ein sieben Jahre alt ist. Ja, das heißt nicht, dass jeder kennt. Das ist trotzdem so, ja, okay, dein Lieblingssong wird nicht von heuer sein. Weißt du? Das glaube ich schon. Ja, stimmt. Viele hören halt kein Power-Metal und wenn er das halt vorstellen würde, wie ein vernünftiges, wie eine Stufe über ein Zweiklässer in der Volksschule, dann wäre das wirklich stabiler Content, wenn er immer wieder sowas bringt. Aber er hat es jetzt so mega schlecht gemacht und das war ja schon eins seiner Lieblingsalben. Ja. Und dann hat er noch dazu gesagt, ja, er könnte ja in die Kommentare reinschreiben, was ich vorstellen soll, an Sachen, die er nicht mehr kennt. Was glaubst du, wie ihn das freut? Das wird wirklich, ja. Also wenn es mit seinem Lieblingsalbum schon so in die Hose geht, wie das mit Alben aussehen soll, die er nicht kennt. Vor allen Dingen, was will er machen? Will er sich die jetzt kaufen? Mit welchem Geld und so? Das wird schwierig. Naja, gut. Er hat ja 40 Euro in der Stunde Einnahmen, ne? Ja, er streamt ja auch schon eine Stunde. Das Problem. Ja. Na gut, das ist sein Problem. Ja, diese 40 Euro pro Stunde ist natürlich sehr, sehr guter Stundenlohn. Er hält das allerdings für sehr wenig, weil er im Endeffekt ja nur 40 Euro am Tag hat, weil er nur eine Stunde streamt. Er kommt ja nicht auf die Idee, dann öfter mal zu streamen. Oder länger zu streamen. Er macht ja jetzt schon wieder gar nichts. Und warum macht er gar nichts? Weil der Account, mit dem er Geld bekommen kann, der ist gerade gesperrt. Ah. Ich weiß nicht, ob der immer noch gesperrt ist, wenn dieses Video hier kommt. Ihr wisst, meine Videos müssen erst einmal durch die Kontrolle mittlerweile. Warum auch immer. das gescheite Account wegfliegt. Ja. Ja, weil sie dich hassen. Ja. Bei mir, bei mir, oh, das muss ich, ich habe das heute wieder gemerkt. Ich habe ein Lied hochgeladen und ich habe, sechs Kommentare waren in der Überprüfung, weil entweder Hashtag Fuddel drin war oder Hashtag Liepe. Wenn Hashtag Liepe kommt, geht das in die Quarantäne. Es gibt es nicht, obwohl ich alle Kommentare zulassen habe. Wahnsinn. Und Fuddel ist mein, mein Accountname. Ja, Fuddel ist so ein Böse. Wenn man den taggt, dann geht nichts mehr. So sehr hasst mich YouTube. Wenn ihr Fragen habt, dann taggt mich lieber. Ja, dann wäre besser. Was mir zur Zeit auch ganz derber auffällt, ist, ich meine, das war früher schon bei ihm, aber was jetzt immer mehr wird, ist, wenn er etwas sagt, dann wird das danach gleich für ihn zu einem Fakt. Dann wird das für ihn zur Realität, zur Tatsache. Und er nimmt das dann sogar als Begründung, Begründungen oder Ausreden oder zum Flexen. Er hat einmal in einem Stream erwähnt, die Marke Drachenlord, seine Marke, ist ungefähr zwei Millionen Euro wert. Also das ist erstmal ein ganz großer Witz. Danach hat es ihm aber leid getan und er hat sich noch raufgerendert, raufgerendert auf zwei bis drei Millionen. Zwei bis drei. Weil es ist ihm dann doch wenig vorkommen nach ein paar Minuten weiter streamen, wo er dann gemerkt hat, wie die Qualitätsoffensive doch wieder kickt. Also erstmal muss man sagen, dass eine Marke von seinem Ruf lebt oder von ihrem Ruf lebt. Ja, und sein Ruf ist nun mal nicht sehr gut. Ich möchte ganz ehrlich sagen, der könnte mir eine Mille geben und ich würde mir diese Marke nicht ans Bein binden wollen. Ja, also nur mal um dahin zu kommen. Und ich meine, er hat das gesagt und seitdem er das einmal gesagt hat, ist es für ihn einfach so. Er hat dann, äh, kurz Zeit später war dann einer der Besucher da, der hat gesagt, hier hast du sowieso nichts erreicht und dann hat er gesagt, ja, ich habe eine Marke, die ist zwei bis drei Millionen wert. So, auf einmal war das ein Argument, auf einmal war das was zum Flexen. Ach dies. Ja, genau, das hat er, das hat er vor fünf Minuten vorher hat er sich das selber eingeredet oder zehn Minuten vorher und auf einmal fängt er damit an hausieren zu gehen. Also das ist schon irgendwie anders wild. Also wenn du überlegst, er hat keinen Beweis. Ich weiß nicht, ob man eine Marke, man kann eine Marke bestimmt schätzen lassen irgendwo. Kann ich mir vorstellen. Ich weiß es nicht. Ich nehme an, dass man das anhand von Social Blade oder so machen kann. Ne, Social Blade ist ganz wild. Ich weiß auch nicht. Ja, das stimmt halt auch nichts. Mein Social Blade, Social Blade irgendwie über meinen, über meinen Account, die sagen, ich liege irgendwie zwischen fünf Euro und 15.000 Euro. Just saying, Sie haben recht, ja. Ich bin, ich bin sehr, sehr viel näher an den fünf als an den 15.000. Bei mir ist aber auch gut, wenn man mich in Social Blade eingibt, dann glauben die wirklich, wir verdienen so 13 Cent oder so im Monat, ja. Wetterbrett. Das ist komplett gelogen. Ist bei Klontag glaube ich auch so, wenn das bei Social Blade eingibt. Der verdient einfach null. Der macht gar nichts. Ja, ich auch nicht. Ich kann nicht mehr monetarisieren. Auf diese Seiten ist er kein Verlass. Aber das müsste man sich wirklich mal überlegen, ob man die Marke Drachenlord nicht mal schätzen lassen will. Und wenn da irgendwie rauskommt, was weiß ich, das ist Minusgeld. Ja, oder was weiß ich, 500 Euro. Ey, also wenn ihr überlegt, er kann sich nicht mal irgendwie eine Woche Hotel für seine Marke leisten, ja, für seine, seine Ansprüche an Hotels, ich glaube, dann wird er sehr geknickt sein. Dann wird er sehr, sehr geknickt sein, weil, ja, jetzt sag mal ganz ehrlich, würdest du die Marke Drachenlord, würdest du dafür stehen? Ich weiß, also, wenn ich eine, wenn ich eine Million Euro kriegen würde, ich würde sie vielleicht nehmen und einfach abdrehen. Na ja gut, aber dann ist, so ein Dienst an der Menschheit. Dann ist ja nicht wieder nichts wert. Dann ist ja wieder nichts wert. Also nachher, bevor er die Mille schon kriegt, tschüssi Kofsky. Ja, weil ganz im Ernst, man müsste die Marke weitertragen, weiterleben. Er würde ja nur diese Markenrechte verkaufen. Ich glaube, die Marke an sich kann man nicht verkaufen. Er kann nur Rechte verkaufen. Und ganz im Ernst, wer möchte die denn? Keiner möchte ihm einen Sponsoring geben. Keiner möchte ihn irgendwie unterstützen. Er hat mal ein Huawei-Handy ausgepackt und die Leute von Huawei haben ihm eine E-Mail geschrieben, der soll das Video offline nehmen. Also, so sieht bei reiner Sponsorensuche aus. Na ja gut, sein erster Satz war halt auch herzlich willkommen, wenn die zu diesen Aufenscheinen. Das war so gut. Das war super Werbung. Also, es war halt Nokia-Werbung, ne? Für Huawei. Hätte Nokia ihn dafür bezahlt oder Apple oder so, dass er dieses Huawei-Andy auspackt, hätte ich es verstanden. Aber ich glaube nicht, dass er dann einen Cent von Huawei gesehen hätte. Ja, oder McDonalds lässt ihn zu Burger King gehen. Ja, genau. McDonalds schenkt ihm Burger King essen, damit er sich damit abrichten lassen kann. Moment mal, Burger King gehört mittlerweile McDonalds. Was? Das hinkt ein wenig. Da wird es mir dasselbe ins Knie schießen. Ja, die gehört. Das sind nur zwei verschiedene. Ja, na, 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 schon lange. Was? Burger King ist schon lange insolvent gewesen und McDonalds hat sich einfach gekauft. Ja. Das ist, Fakt ist. Echt jetzt? Das wusste ich nicht. Ja, ja, ja. Schon vor über zehn Jahren, glaube ich. Aber ich google es da schnell, dass man schauen kann. Okay, okay, okay. Also, das wusste ich echt nicht. So, 2000, warte mal. Ah nein, ist gar nicht so lang her. Okay, okay. Wusste ich nicht. denke ich schon. Vielleicht haben wir den komplett verkackt. So, wem gehört Burger King, TQSR Holding. Keine Ahnung. Da müssen wir später nochmal nachschauen. Ah, vielleicht, na, okay, ich nehme es zurück, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, sie haben einmal diskutiert, ob sie es, vielleicht haben sie es dann doch nicht gekauft. Für den Fall, dass es so ist, sagen wir einfach Coca-Cola und Pepsi. Ja, passt, das geht. Dass Coca-Cola für Rainer so ein Jahresvorrat Pepsi kauft, damit er sich immer damit ablichten lassen kann. Ja, und das ist dann für Rainer ein Sponsoring. Das wäre so die einzige Art Sponsoring, die ich mir für Rainer vorstellen könnte. Ja, negativ Sponsoring für was anderes. Ja, Nicht ganz erlaubt, aber das ist wahrscheinlich einer so einer großen Firma relativ egal. Weil die zahlen halt dann die 5 Millionen Strafe, aber ist ja auch schon egal. Ja. Dann haben wir, was er jetzt auch die ganze Zeit, und da ist er ja wirklich richtig hinterher. Ich nenne jetzt mal die drei Dudes, die drei Ehrenmänner, das ist der heilige Ofenkäse, der einfach Mimon und der Henk Losse. Mit den dreien hat er es ja richtig. Mit denen, also die verdienen Geld auf seinen Nacken, die verwenden seine Videos, da siehst du diese Neidwut. Die ist ja richtig übel. Und gerade, ich meine, Ofi gibt da nicht viel drauf, aber gerade Mimon und Henk, die treiben ihn ja wirklich da weiter rein. Mimon zeigt, hier Rainer, guck mal, das ist das Geld, was ich mit dir gemacht habe. Guck mal Rainer, hier, das ist jetzt gerade... Und Henk sagt auch, Rainer, ich habe mir ein Laptop von deinem Geld gekauft und so weiter. Never touch a running system. Man muss sagen, das hat ja damals RBS gezeigt, wie das ging, wie er gesagt hat, schau, ich bin bei Twitch jetzt Partner. Partner, ja. Also richtig Auszug. Da ist ja richtig Turn-up gewesen. Da hat Rainer, glaube ich, Minecraft gerade gespielt. Ich war bei diesem Stream, Huddl, ich war bei diesem Stream dabei. Ah, nice. Ja. Ich habe es nur danach gesehen. Ich weiß ja, das war ein richtiger Dorn im Auge. Also das ist... Nee, das war gar nicht... Nee, das war, glaube ich... Doch, das war... Ich glaube, das war ein Minecraft-Stream. Aber das ist ja wirklich... Also RBS hat ja auch gesagt, ich verkaufe jetzt T-Shirts, ich mache jetzt Merchandise, ich bin wegen deinem Geld im Urlaub gefahren und so weiter. Das hat er ja auch gemacht. Und Mimon und Henk, die führen das wirklich noch besser weiter, als RBS das gemacht hat. Weil die halt wirklich da mit Kohle schämpfen und das wirklich einfach zeigen. Hier, Rainer, guck mal, das habe ich mir gekauft. Das ist einfach sehr, sehr schön. Also wie Rainer das triggert, ist echt Wahnsinn. Ja. Und Rainer sagt ja immer... Es ist so simpel. Ja, es ist so komplett simpel und es ist so effektiv. Was Rainer aber immer macht, ist, ja, die nehmen meinen Content und meine Videos und verdienen damit Geld. So, jetzt frage ich mich aber, hat Rainer nicht auch Geld damit verdient? Sich Musik anderer Leute anzuhören? Auf anderen Plattformen? Wir erinnern uns, er saß da im Endeffekt nur auf dem Sofa und hat Musik gehört. Das war ja der Content anderer Leute. Hat er diesen Leuten auch Geld bezahlt? Weil er hat nämlich gesagt, ja, wenn Henk ein bisschen Ehre hätte, würde er mir sein ganzes Geld geben. Ich frage mich jetzt gerade, hat Rainer auch da sein ganzes Geld an diesen Künstler abgetreten? Er hat irgendwie schon gesagt, dass er das irgendwie, das ist ja so eine Kooperation, wo er halt natürlich auch was abtritt an den Tantiemen oder so. Er hat das gesagt und hat getan, wie wir das nicht haben. Nein, auf keinen Fall. Anderes Beispiel. Was ist mit einem Let's Player? Er guckt doch so gerne Let's Plays. Glaubst du, dass ein Zelda-Let's Player sein ganzes Geld an Nintendo abgibt? Weil er ja seinen Content mit Zelda verdient? oder dass ein Jack Fromsoft seine Kohle an Fromsoft zahlt? Oder dass Rainer an Kronk zahlt, weil er schaut sich beim Kronk an, wie der irgendwas spielt und macht es dann einfach schlecht eins zu eins nach. Er ist wirklich sehr oft eins zu eins gewesen. Sehr oft eins. Er ist oft an der gleichen Stelle abgebogen und hat dann den gleichen dummen Spruch gemacht. Also wirklich Genau. Ey, anders wild. Er hat ihn dir wirklich eins zu eins kopiert. Und es gibt ja nun mal auch viele von den Wolderhates, die Kronk gerne schauen. Ey, ich bin mit dem einfach irgendwie nicht warm geworden. Es kann sein, dass der super gut ist. Ich müsste mir den vielleicht mal irgendwie wirklich ein Stündchen anschauen. Aber ich bin auch ganz ehrlich, ich bin keiner, der sich lange Let's Plays anschaut. Das Einzige, wo ich das dann mache, ist bei einem Jack Fromsoft zum Beispiel. Oder bei, wenn Troll Lindemann hier die Let's Plays von Rainer kommentiert. Da schaue ich dann mal länger zu. Oder bei einem Bruga oder so vielleicht auch noch mal. Aber unbearbeitet geht nicht. Nee, aber wirklich, nee. Deswegen, also ich, nee. Rocket Beans habe ich noch gerne hier Edmund Denzel geschaut, wenn die Dark Souls gespielt haben oder so. Habe ich auch noch ganz gerne gesehen. Weil die halt auch gut unterhalten haben. Die waren da zu zweit auch Simon und Nils, wenn die jetzt gezockt haben. Oder Florentin und Simon. das war halt gut. Weil du wirst da halt entertained von einem, ich erinnere an Rage of Empires mit Florentin Will, mit Donnie und mit Marco. Und Mara war ja auch noch dabei. Also da wurdest du halt entertained. Da hast du ja nicht viel auf das Spiel geschaut. Du wurdest halt die ganze Zeit entertained. Wenn Gronkh das kann, ist das cool. Ich weiß es halt nicht. Hast du gerade vorhin Jack Frommsoft gesagt? Ich habe keine Lusacke da. Jack Frommsoft. Ich habe nichts da. Ich habe nichts da. Aber für alle, die jetzt mitspielen, Prost. Jack Frommsoft, Jack Frommsoft, Jack Frommsoft. Hey, das ist aber gut. Du brauchst mich nur ein bisschen. Rein in den Hals. Ja, aber das habe ich mich gefragt. Weißt du, er stellt diese wirren Vergleiche an. Mit die reagieren oder die haben mein, mein Video in deren Videos. Deswegen müssen die mir ihr Geld geben. Meinst du ihm das mal aufgefallen, wenn er ein Spiel gezockt hat? Das hätte ihm einer fragen sollen. Hey, Rainer, musst du nicht das ganze Geld, was du jetzt hier bekommst, ich sage extra nicht verdienst, musst du das nicht an die Spielefirmen abdrücken? Weil das ist ja deren Spiel. Das ist ja deren Content. Aber das ist... Naja, mit ihm hat es ja Mehrwert. Aber wenn jemand irgendwas über ihn macht, dann hat es ja keinen Mehrwert. Das ist auch so ein Ding. Das sagen wir ja alle. Wir machen da ein bisschen Mehrwert draus. Wir machen ja... Ich sage mal, die Leute schauen ja... Ich sehe das ganz, ganz oft. Ich habe gerade bei Ofi geschaut, jetzt schaue ich bei dir. Sehe ich ja ganz oft, dass Leute dann halt... Die schauen es erst bei dem, dann bei dem, dann bei dem und dann bei dem. Die schauen sich ja nicht viermal das Rainer-Video an, weil sie Rainer viermal sehen wollen. Die wollen ja... im Stream gestern erst gesehen, äh, vorgestern. Äh, im Stream, wie wir halt bis zu dem Heule-Ding gekommen sind, alle so, ah, darauf haben wir schon gefreut. Ich habe schon dreimal durch. Ja. Die Leute haben... Aber ich brauche das jetzt nochmal. diesen Stream halt schon etliche Male gesehen. Dann hat sich... Ofi hat sich dann auch vorher vorgenommen, Hank hat sich dann auch vorher vorgenommen und wir haben uns dann halt ein paar Tage später vorgenommen. Trotzdem waren die Leute da im Schnitt 1400 Zuschauer und haben sich das angeschaut. Wir kommen halt immer ein bisschen später, ist also... Ja. Man hat wohl eben schwert sich auch immer. Gibt dich schlechter Konto, ja. Mhm. Ja, aber das fand ich einer von diesen... von diesen Dingern von Rainer, so, wenn die das machen würden, da ist diese Doppelmoral, und diese Doppelmoral fällt mir sehr auf, wenn er dann redet über Meinungsfreiheit. Ja, Meinungsfreiheit ist für Rainer eine Einbahnstraße. Er darf seine Meinung äußern, aber ein Ofi nicht zum Beispiel oder ein Ani nicht oder ein Mimmon oder ein Henk oder ein Wingelwongel oder ein Maddog oder, was weiß ich, oder ein Fuddel. Sie würden dürfen, wenn einfach durchgehend, wenn ihr einfach durchgehend Werbung machen würdet für ihn. Natürlich. Und in höchsten Tönen sprecht. Ja. Das wird sicher anders bewertet als das, was ihr macht. Das hat er ja damals auch über Herr Newstime gesagt. Als Herr Newstime dann negativ über ihn berichtet hat, dann wurde Herr Newstime aber zum Hater. Herr Newstime hat überhaupt nichts mit dem vor, hat überhaupt nichts mit dem zu tun. Die haben nur ein Interview mal gemacht. Und er hat dann natürlich, wenn irgendwas Neues rauskam, was weiß ich, reine Fotos nackig im Garten, dann hat er darüber berichtet. Und dann hat Rainer einfach zum Hater abgestempelt. Aber nur... Ja, weil er das nicht positiv erwähnt hat und nicht seinen FBI-Counter zugeschrieben hat. Warum erwähnt er mich nicht positiv? Warum erwähnt er mich nur negativ? So, ja, das ist... Für Rainer bist du dann sofort ein Gegner im Endeffekt. Aber Herr Newstime war auch nur dann ein Gegner, wenn Rainer es gebraucht hat. Denn, als er dann gesagt hat, es gibt keinen von dir Haters von den Kanälen, die größer sind als meine. Meiner ist größer als alle die anderen Kanäle zusammen. Da hat er aber dann, ich sag mal, Excel 95. Ein Tanzverbot. Ein Herr Newstime. Die er alle zum Hater abgestempelt hat. Die hat er dabei nicht mehr. Die war er auch. Iblali, natürlich. Die hat... Kuchen... KuchenTV. KuchenTV. Da waren dann damals die Kuchenkinder und so. KuchenTV hat den, glaube ich, sogar mal besucht. Gibt so diese Videos aus dem Auto, wo das Fenster nicht ganz runtergedreht hat. Ja. Das waren alles mal Woll der Hates. Aber immer nur, wenn es ihm gerade schmeckt. Denn wenn er meint, er hat den größten Kanal, dann vergisst er diese Personen alle immer. Dann vergisst er einen Excel. Dann vergisst er einen Tanzi. Dann vergisst er einen Herr Newstime, einen Iblali und einen KuchenTV. Weil die vergisst er dann alle, weil die nämlich größer sind als er. Ja, er hat ja auch zu seinem 10-Jahre-Special gemeint, er würde einen Gronkh halt eventuell einladen, dass er da mitstreamen darf. Das Video gibt es bei mir übrigens auf dem Kanal. Das ist anders wild, sage ich euch. Ich sage euch, das ist anders wild. Ja. Der Stream auch. Ja, also... Er hat gesagt, er macht einen 10-Stunden-Stream oder vielleicht 4-Stunden-Screen-Time gehabt davon. Der Rest der Zeit hat er sich irgendwas zu essen gemacht. Nicht mal. Nicht mal. Der hat ja keine 4-Stunden-Screen-Time gehabt. Der hat insgesamt... Nein, insgesamt auch die 10-Stunden schon. Also er hat 9 gemacht, glaube ich. Nee, der hat 9-Stunden-Streamt oder 8-Stunden-Streamt. Zwischendurch war er aber auch mal irgendwie Absturz. Und davon war er vielleicht 3,5-Stunden oder so da, wenn es hochkommt. Naja, es geht ja nicht um das, dass er da war, sondern halt das Stream selber. Ich meine, er hat ja mal eine halbe Stunde lang hat er nur seinen... Warst du noch die Zahn-Couch? Nein, ich glaube nicht mehr, oder? Das war schon der Rollstuhl. Ist ja egal. Also er war nicht da. Hat er immer ein bisschen gestreamt eine Zeit lang, während er gar nicht da war. Er so, ja, ich muss manchmal sowas zu essen und geht einfach... Ja, das Zahn-Sofa hat ja auch den meisten Content da gebracht. Ich habe... Das waren die schönsten Bums, die es... Heute Morgen, als ich zur Arbeit gewongelt bin, war der Klontor auch noch online. Da habe ich ihm das auch reingeschrieben. Der Rainer... Er hat ewig gestreamt, ja. Ja, der hat irgendwie so neun Stunden erzählt. Aber das wäre Klontor wohl normal. Ach so. Der hat... Da hat der Rainer ja gesagt, als da in den Chat geschrieben wurde, in TikTok, da sagte man ja, mir haben die YouTube-Zeiten am besten gefallen. Und dann kommt er mit, weißt du was? Soll ich dir mal was sagen? Wir könnten hier doppelt so geilen Content machen. Und ich dachte mir, woher willst du das zweite Zahn-Sofa kriegen? Ja? Weil das ist... Oder das Waschbecken. Das ist der Haupt-Content gewesen. Oder vielleicht will er mehr Boxen aufstellen, um dann Musik abzuspielen, weil das war sein Content. Sein Content war es... Oder mehr Softboxen, die ihm blenden. Ja, genau. Sein Content war es ja im Endeffekt wirklich nur auf dem Sofa zu sitzen und Musik zu hören. Den... Den Kopf dazu ab und zu mal hin und her zu wackeln. Dann ganz, ganz peinlich, Mini-Playback-Show-artig mitzusingen. Äh... Das war ja sein Content. Wie er so Saxophon gedudelt hat. Oh, das war... So Finger-Saxophon. Auch immer mit der... Das war großartig. ...mit der Gitarre. Dass er im Endeffekt, äh... Die Gitarre mit der linken Hand klemmst dir die Saiten an, damit du die verschiedenen Noten spielen kannst. Ja. Junge, und der hat ja, als wenn der irgendwie auf X-Zi-Keyboard spielen würde. Er hat einfach beide Hände die ganze Zeit so... Als wenn er irgendwas kraulen würde. Aber richtig aufs Spiel. Ja, gut, aber Luftgitarre oder so, das kann man ja schon so machen. Ist doch egal, wenn man es nicht kann, weißt du? Ja, aber dann sage ich auch nicht, dass ich es nicht kann. Bei ihm hat er gesagt, ja, ich kann das spielen. Und ich kann das... Ich kann Bass, kann ich ein bisschen spielen. Dann war er in einem Stream mit Rechteck ohne Ecken. Da sagte Rechteck ohne Ecken, halt doch mal ein C, oder so hat er gesagt. Äh... Also... Das war der Violinist, oder? Ja, genau. Ja, das war super. Das war ein super Video. Und dann sagt der Typ einfach, ey, lass einfach. Halt einfach gar nichts. Mach einfach von oben nach unten so Bing, 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 Bing. Mach einfach das. Das reicht. Und selbst damit war Rainer überfordert. Ja, und dann erzählt er, ja, Keyboard spielen. Und dann wollte er irgendwann alle meine Entchen. Oder für Elise. Für Elise. Dö, 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 dö. Das ist das, was jeder auf dem Klavier spielen kann. Jeder, der kein Klavier spielt, kann trotzdem für Elise spielen. Wenigstens dieses... Wenigstens mit einer Hand, ja. Genau. Selbst das konnte Rainer nicht. Und dann war seine Ausrede dafür, ja, das ist, weil das ein Keyboard ist, ich bräuchte, ich bräuchte einen Konzertflügel. Er bräuchte einen Konzertflügel, denn daran kann er gut spielen. An einem Keyboard nicht. Ja, sicher. Das ist so 200.000 aufwärts, weil sonst ist das halt... Sind seine Finger auch zu schade. Der drückt er nicht gern. Das ist das... Der ist nicht das Feedback da. Der ist mehr so der Orgelmensch, weißt du? Der muss die hacken, die Dinge. Ja, wirklich. Also das... Wenn du diese manche Aussagen so anhörst, ich kann kein... Ich kann nicht auf diesem Keyboard spielen. Ich brauche schon einen Konzertflügel. Dann kann ich das. Also, sorry, aber wenn du nicht auf dem Keyboard tippen kannst, kannst du auch nicht auf dem Konzertflügel tippen. Wahrscheinlich würde es dich noch brutaler anhören dann. Das ist total schlecht. Und was ich in den letzten Streams auch viel gemerkt habe... Aber Mundharmonika hat er mal gespielt. Auch sehr schlecht. Aber hat er. Nein, das war kein Mundharmonika. Er hat zweimal reingepfiffen. Er hat reingeblasen und gezogen und hat dabei rechts und links und hat dabei durch Zufall zwei, drei Töne getroffen. Aber das war kein Mundharmonika-Spiel. Nein. Ich sage nicht, das Spiel war, aber er hat es halt immerhin getan. Ich würde es nur aufgezählt haben, der Vollständigkeit halber. Er hat ja auch damals in seinen älteren Videos, das hat er noch so getan, als ob er Bass spielen könnte und so weiter. Da hat er ja draußen auf seinem Balkon, auf der Terrasse, hat er ja mit seinem Bass so... Oh, ihr seid schon da. Ich habe gerade ein bisschen Bass gespielt. Ich tue ihn mal weg. Er war doch lustig. Auch wenn man es nicht kann. Das macht Spaß. Das ist wenigstens irgendwie vorbereiten, dass man halt einen coolen Start hat, dass man halt nicht immer mit Metal-Leuten anfängt oder so. Wir haben das auch mal gemacht. Wir sind auch mal direkt rein. Du hast ja erinnert, hast du schon recht. Das ist alles abwechslung. Es könnte ja okay sein. Das Ding ist aber, wenn man danach steif und fest behauptet, man könnte das, obwohl man es nicht kann. Das ist was anderes. Das ist dann wieder anderer Tee, weißt du? Wenn er dann so... Nein, kann ich gar nicht. Irgendwie ist er mit so einem Zwinkern so, oder ich bin ein richtiger Experte. Und zwinkert so dabei rein, weißt du? Das ist so dieses... Wo er steif und fest behauptet hat, Bruder, er fährt Motorrad. Er hat keine... Wir kennen seinen Führerschein. Wir wissen sogar, wie lange er für seinen Führerschein gebraucht hat. Wie viele Anläufe und so weiter. Und er behauptet steif und fest, er hätte einen Motorrad-Führerschein. Kleiner Funfekt hat gar keinen Führerschein. Ja, ich würde gerade sagen, er behauptet auch steif und fest, die MPU zu schaffen, wenn er nur die 1500 Euro beieinander hätte. So nämlich. Was mit 40 Euro Stundenlohn halt sehr schwer zu erreichen ist in den nächsten zwei, drei Jahren. Vor allem wenn du mit 40 Euro Tageslohn... 40 Euro Tageslohn... Ja, würden schon die meisten alle Finger abschlecken. Aber ich kann ein bisschen Linderung verschaffen. Für alle, die sich, so wie wir auch, unheimlich aufgeregt haben über dieses 40 Euro pro Stunde, ist gerade, gerade ist sein größtes Zahlschwein abgesprungen. Also heute oder gestern. Ja, das ist so eine irgendeine Dame im Internet. Ach so, diese Suppengrün da oder was? Ich weiß nicht genau, wie es heißt. Ich habe den Namen nicht gehört. Ich glaube, es ist Suppengrün. Die ist jetzt gerade abgesprungen. Ja, die ist... So Hater plus eins. Ja, Hater plus eins, ja. Aber es ist mir egal, ob sie Hater oder sonst was ist. Hauptsache, sie zahlt nichts. Sie zahlt nichts, das ist wichtig. Aber ich glaube, sein größter Spender ist dieser Ben. Ben ist, glaube ich, sein größter Spender, ja. Man sieht das ja unten bei Inge im Stream, wer wie viel gespendet. Ben ist irgendwie bei 600 Euro mittlerweile oder so. Ist wild. Der müsste halt abspringen. Der und noch so ein, zwei andere. Die müssten echt abspringen. Weißt du, das Ding ist, diese 1.500 Ocken zusammenzubekommen, ist halt schwer bei 40 Euro Tageslohn. Während du aber selber sagst, dass du Tagesausgaben von 150 bis 200 Euro hast. Dann wird ansparen schwer. Das ist ja auch dieses, ja, ich bin nur am Überleben zur Zeit. Und wenn man überlegt, dass der irgendwie 2.000, 2.500 Euro macht pro Monat, das nennt der gerade so Überleben am Existenzminimum. Also ich sage mal so, 70% der Deutschen haben nicht 2.000 Euro zur Verfügung. Ähm, ich würde sogar so weitgehend, 70% der Leute haben am Ende des Monats nicht so viel einfach zum Verprassen übrig, dass sie sagen könnten, ja, für heute habe ich noch ein Hotel, aber morgen schauen wir mal. Ja, 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 ja. Aber es scheinen ja ein paar Prozent dabei zu sein, die noch genug übrig haben, um Rainer was in seinen Hals zu werfen. Hals. Witz. Ähm, er hat jetzt gesagt, er braucht zum Überleben zwischen, äh, ich habe es dann ausgerechnet, zwischen 4.500 und 6.000 Euro pro Monat. Das ist nur zum Überleben, zum Übernachten, zum Essen. Dazu braucht er noch 1.500 für die MPU. Ja? Äh, dann bist du also, was er den nächsten Monat brauchen würde, äh, dann wären halt 7.500 Euro. Und das ist, das ist wild. Das ist wild. Und dann kommen diese Sprüche, die sind, die haben mich echt rasend gemacht. Das ist kein Witz. Da habe ich mir wirklich, ich habe hier gesessen, dann meinte er das ernst. Da hat er die ganze Zeit, das hat er vier oder fünf Mal in seinen Streams gesagt, wir sind jetzt hier 2.000 Leute. Wenn jetzt jeder von euch einen Euro spenden würde, das ist doch, was? Nee. Eine Spende gibt man halt aus, aus mehreren Gründen, entweder aus Mitleid oder aus Anerkennung, weil man halt, keine Ahnung, Content feiert, aber bei ihm dürfte er eigentlich beides nicht tragen. Ja, es scheint da immer, oder um, oder um andere, oder um Hater, äh, zu nerven. Genau. Das, das ist noch ein Ding. Das ist das einzige, der einzige Grund, der ihm bleibt, ist halt, dass Leute wissen, wenn sie da jetzt einen Film verspenden, dann kalt es das irgendwen irgendwo an. Ja, da hat er, da hat er damals einen Rang gehabt mit dem Vorteil, damit zeigt es den Hater. Ja, ja, also ich sag mal, wenn man, wenn man, äh, bei Ofi in seiner Premiere was spendet, das ist Anerkennung für so ein geiles Video. Oder bei Mimon, oder bei Hank, oder bei Wingelwongel, wenn man da mal ein bisschen, wenn man sich da eine Mitgliedschaft holt, das ist Anerkennung für geilen Content. Bei Rainer, ja, ist es entweder noch Mitleid, oder man will sich halt irgendwann mal so einen, einen Moderatorenrang erkaufen, dass man vielleicht mal mit Rainer, äh, irgendwie alleine ins Team Spielsby kann, was ich mir auch gedacht habe, äh, ja, Discord, Entschuldigung. Das hat ja Rainer auch gesagt, ey, wenn ihr die Leute fragen würdet, äh, wie nett ich bin, wie ich in Wirklichkeit bin, und so weiter, dann fragt mal die Leute im Discord. Ey, die Discord-Mitschnitte sind eine der schlimmsten Sachen im ganzen Game. Ich habe insgesamt, ich habe vorher ein 4-Stunden-Video rausgehauen, ein weiteres 4-Stunden-45-Video von mir ist gerade in der Überprüfung, ja, äh, also ich habe... Spoiler Nerd, es wird failen. Sehr wahrscheinlich. Äh, ich habe, ähm, in den letzten 3 Wochen, 2-3 Wochen, fast 9 Stunden, oder sogar über 9 Stunden, das andere Video war ja auch, glaube ich, 4 Stunden 20 oder so, über 9 Stunden Discord-Aufnahmen gemacht. Und er erzählt, er erzählt, was, dass er so ein netter Kerl ist im Discord, wenn er, wenn er real ist. Ich, ich kann mich noch, äh, an den allerersten Donny Tuesday erinnern, mit Uti. Da haben wir uns, da haben wir uns, oder war das der zweite? Ach, sehr gerne. Da haben wir uns, äh, einen Discord-Mitschritt von Rainer angehört. Der war wild. Der, also, wenn du das Leuten vorspielst. Ich habe jetzt gesehen, bei Kataleja auf dem Kanal ist, äh, ist ein neues Video draußen. Äh, zwei Stunden lang. Das war ja, nach, nach diesem Heuli-Heuli-Stream ist er noch zwei Stunden im Discord gewesen. Ja, mir wurde gesagt, das ist sehr gut, dass wir, bis immer noch keine Zeit gehabt, dass wir das geben. Aber es ist anscheinend sehr gut, dieser Mitschnitt. Ich habe es mir noch nicht ganz angehört. Also, Furchi hat, äh, Furchi hat den wohl gehört, der hat mir gesagt, ey Ani, äh, hier wirst du aufgeklärt. Und da habe ich mir schon gedacht, oh, oh, nee, 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 nicht diesen Rainer. Den konnte ich mit die letzte Zeit einfach nicht antun. Passt mal auf, Rainer. Naja. Und er gehört auch dazu. Hilft nix. Ja. Dann haben wir noch dieses, äh, 4.500 Euro pro Monat bis 6.000 Euro. Dann hat er gesagt, ey, wenn ihr mir Geld gebt, dann kann ich nach Mallorca fahren und mache da für euch Content. Komisch, das haben wir letztens, letzten und vorletzten Monat noch über Portugal gehört. Hä? Da ist auch nichts draus geworden. Das Geld kam da an, Rainer hat es einbehalten, ähm, und hat es in, in Hotels gesteckt. Da war keine Reise nach Portugal. Hat sich eine Woche später, ja, erst mal meinen Führerschein. So, und jetzt kommt er mit Mallorca. Warum hat er den Führerschein mittlerweile auch gemacht, ja. Er denkt sich, ey, das hat ja letztes Mal schon funktioniert, da habe ich 200, 300 Euro gemacht. Äh, warum, warum nicht nochmal? Die lassen sich da bestimmt nochmal veräppeln. Jetzt kommt er mit Mallorca um die Ecke. Dann fahre ich nach Mallorca. Ich sag dir, wenn der nach Mallorca fährt, nehme ich die Fähre darüber. Das kannst du wissen. Was ist da turn ab, Bruder? Aber du gibst doch gar keinen Back. Was will er denn da? Jetzt zeige ich ihm das schon. Okay. Na, ich meine, ich glaube mir das schon, dass er das in seiner kurzen Schnapsidee, dass er die kurz hatte, das glaube ich schon. Ja, jetzt. Mallorca wäre nice. Er sagt aber selber, dass er bettelt, ja. Jetzt stell dir mal vor, du gehst in einen Laden bei euch, wie heißt das, Höfner, ne? Hofer. Hofer. Zum Beispiel. Du gehst bei euch in Hofer und da sitzt jetzt, äh, ein Obdachloser und fragt dich mal eben nach Geld für Mallorca. Das, das, Ja gut, als Spaß würde ich sagen, so, okay, der hat wenigstens, äh, irgendeinen, einen kreativen Ansatz zum Betteln. Ey, ohne Witz. Irgendwas, was, was irgendwie ins Ohr geht. Ich habe hier, wir, ey, ich habe hier wirklich einen Obdachlosen gesehen, der hatte einfach drei Becher, da habe ich was gespendet, der muss das auch, das ist ja so ein, lange schon so ein Internet-Meme. Der muss das, der muss, der hat das einfach nachgemacht, der muss das gesehen haben, nachgemacht und der scheint auch gut Geld damit zu verdienen. Ne? Äh, der hatte drei Becher vor sich stehen, auf dem ersten stand irgendwie, äh, Essen, auf dem zweiten trinken und auf dem dritten Alkohol. Oder, oder, weiß ich nicht, Bier, Koks, Nutten, irgendwie, dieses, und da hat er halt so drei Becher, für was, für was würde man ihm spenden? Ich habe ihm halt einen Euro da in den Alkoholbecher geworfen. Okay, das würde wahrscheinlich jeder tun. Ja, ist halt funny. Ich fand die Idee gut. Ja, kreativ Geld, kreativ Geld machen, ja. Und man muss sagen, beim Rainer geht es ja nicht so schlecht, weil sonst hätte er die letzten elf Jahre nicht durchgestanden. Freilich. Also, die Leute sind ja trotzdem, äh, immer in Geberlaune, weil sonst gäbe es das nicht. Also, niemand würde, würde mit dem Content allein überleben, den Rainer bringt seit Anfang an. Na, gut. Ohne, dass er so wirklich arbeiten geht und das halt nebenbei sich halt ein bisschen zum Affen macht. Er macht, er macht das Opfer. Er macht das Opfer. Ja. Und ich fand es ja auch wild, als er dann sagt hier, ja, ich will den Leuten nicht auf der Tasche liegen, deswegen will ich kein Bürgergeld und so weiter. Aber er liegt den Leuten noch auf der Tasche. Er bekommt doch nur Geld durch andere Leute. Er bekommt doch nur da durch Geld. Natürlich liegt er anderen Leuten auf der Tasche. So, dieses Sagen, ich will kein Bürgergeld, weil ich den Leuten nicht auf der Tasche liegen will, das ist doch Humbug. Er liegt doch anderen Leuten auf der Tasche. Er bettelt doch in diesen Streams. Das ist doch anderen Leuten auf der Tasche liegen. Und selbst wenn er sagt, äh, ich frage heute gar nicht nach Geld, aber ich sage euch nur, auch mir fehlen noch irgendwie das und das und das und das. So, das ist doch, ich meine, wer will das wissen? Es ist doch nur die Aussage, er weiß, von dieser Bubble bekomme ich Geld. Nur hier raus. Das ist meine einzige Einnahmequelle. Und denen erzähle ich jetzt, dass ich Geld brauche. Oder dass ich noch so und so viel Geld brauche für das und das. Und am Ende sagt er, aber ich habe nicht danach gefragt. Ich habe nur euch erzählt, dass ich es brauche. Ihr, die, die mir Geld geben. Wir müssen nicht matchen. Wir können ja eigentlich aufhören mit matchen. Aber ich mache halt was anderes und kriege ja kein Geld. Können wir ganz eigenen Podcast machen über dieses Matchen. Das ist anders. Was ich eins der größten Dinger habe, wirklich eins der allergrößten Dinger, die er, das ist gar nicht so aufgefallen, glaube ich. Zumindest bei manch anderem Woldehate ist das zumindest nicht so rausgekommen. Ich habe da die Hände beim Kopf zusammengeschlagen. Das war, wie heißt nochmal dieser andere Survival-Dingens hier? Seven vs. Wild hier. Ja? Das ist doch auch kein Problem. sagt er. Das Organisatorische gar kein Problem. Es fehlt nur das Geld. Der meint, das Organisatorische für Seven vs. Wild wäre für ihn kein Problem. Ich habe mir diese Vorbereitungsvideos ein bisschen angeschaut, die sie jetzt zusammengeschnitten haben, wo sie sich ein Heli besorgt haben zum Ausprobieren, wie weit man runterspringen kann, ohne dass man drauf geht. Und welche Teile der Insel nicht vermint sind. Allein wenn man das zweite anschaut, das ist irre. Was die da reingepulvert haben, einfach nur zum Schauen, ob das eh überlebenswert ist, ob man da irgendwie überleben kann auf diesen Stellen. Ja, aber auch der erste Teil. Auch der erste Teil. Da ist die ganze Zeit ein Rettungsteam auf Abruf. Diese Spots müssen vorher ausgekundschaftet werden. Du brauchst Boote. Du hast dann die haben ja ein Orga-Team gehabt. Ein Team, das ist alles organisiert. Das brauchst du. Du brauchst dafür ein ganzes Team. Und Rainer meint, für ihn wäre das kein Problem. Es ist nur eine Frage des Geldes. Sonst könnte er das auch. Du meinst, dass er ein bisschen einen Otto gemacht hat, wo er gesagt hat, ich könnte jederzeit Feuer machen. Ja, ich könnte immer Feuer machen. Oder irgendwas richtiges Essen. Nur wenn es drauf ankommt, dann geht es nicht mehr. Ja, aber Rainer hat wirklich Fritz Meinecke hingestellt, als das war keine organisatorische Arbeit. Das ist kein Problem, sowas aufzustellen. Das war das größte Projekt auf YouTube Deutschland. Ja, wenn ich mich recht erinnere. Das größte Projekt auf YouTube Deutschland. Und Rainer sagt, das ist für mich kein Problem. Es fehlt nur am finanziellen. Da muss man sich halt, weißt du Rainer, darauf kommt es dann an. Da ist die Marke entscheidend. Wenn jetzt ein Fritz Meinecke zu Sponsoren hingeht und sagt, Leute, ich habe hier eine geile Idee. Guckt mal, ich habe sowieso einen ziemlich erfolgreichen Kanal. Mein Name ist was wert in dem Bereich, wo ich arbeite, im Bereich Survival, im Bereich Bushcraft, auf YouTube. Und ich ziehe Menschen mit. Genau. Auch als Teilnehmer und so. Es stehen viele Leute Schlange, damit sie mitmachen dürfen. Richtig. Die auch alle wertvoll sind, also in Sachen Gleichweite. Ja. Die halt auch wieder extra was bringen, wie zum Beispiel ein Knossi oder oder der Sascha und so weiter. Also das ist halt, das sind ja jetzt keine kleinen YouTuber mit, weiß ich nicht, 250.000 Abonnenten. Ich meine, Sascha weiß ja nicht, wie viel der hat, aber die, der Knossi hat ja Millionen. Ja klar, was der Knossi damit reingebracht hat. Das haben die, der hat ja, der ist ja nachher, du kannst ja von ausgehen, dass ein Fritz Meinecke nach so einem Projekt nicht mit Minus rausgeht. Das ist eine ganz klare Sache. Und wenn ich Sponsoren sowas vorstelle, sagen, hör mal Leute, ich bin der Fritz Meinecke, ich habe einen guten Ruf, ich habe meinen Namen, ich habe Kontakte, ich habe Connections, ich habe einen Plan und das hier ist mein Plan. positiv umgewandelt, was ich mir vorgestellt habe. Genau. Auch ohne große, ohne große Sponsorverträge bis jetzt. Ich meine, er hat natürlich dieses, dieses Glas für die iPhones und so, aber das wird nicht unendlich viel abwerfen. Dieses Rhino Shield in der ersten Staffel. Ja, die haben schon ganz gut gefedert. Die Rhino Shield, die haben, glaube ich, das Geschäft ihres Lebens gemacht. Ich glaube, 75.000 oder 100.000 haben die erst reingebuttert. Ich glaube, die haben sogar nachher was gezahlt irgendwie, weil die so einen guten Deal gemacht haben. Echt? Guckt mal auf die Aufrufzahlen von Seven Ways Wild von Staffel 1. Wie viel Werbung die bekommen haben für das Geld. Das ist ja Wahnsinn. Da kriegst du im Fernsehen nicht einen Werbespot für und die meisten Fernsehsendungen haben noch weniger Einstaltquoten als Seven Ways Wild. Die haben sehr gut investiert. Und, ähm, da ist halt, da ist Fritz Meinecke gesagt, ey, wisst ihr was, ich fahre heute einfach, ich fahre heute los, natürlich ist das geplant, das ist alles geplant, weil wir fahren heute zu dritt los mit dem Fahrrad und fahren irgendwie 3.000 Kilometer oder 2.000 Kilometer. Fahren wir heute Fahrrad? Also, die nächsten Tage. Machen eine Woche eine Tour oder zwei Wochen. Und, äh, oder dieser andere Challenge, da sagt er, hier, wir haben diese Flüge schon gebucht, die gehen irgendwie in sieben Tagen, äh, gehen die in, in 1.300 Kilometer oder was, gehen diese Flüge und die müssen wir erwischen. Ab aufs Fahrrad und let's it go. Das sind, ey, wenn Rainer da, wenn, wenn Leute Rainer fragen würden, ey Rainer, mach doch mal so eine Radtour. Das würden sich bei dir bestimmt viele Leute anschauen, gerade mit deinem Körpermaßen und so weiter. Die Leute würden gerne sehen, wie du dich da abstrampelst und wenn du sagst, ey, ich fahre einmal quer durch Deutschland. Ey, ganz im Moment, ich würde es mir anschauen, ja, ich würde es mir anschauen. Ja, das habe ich auch immer gesagt. Hätte er damals das mit dem Wolter gemacht, was ihm Wolter vorgeschlagen hätte, obwohl ich meine, gut, Wolter hat es ja selber verbrannt, ja, aber wenn er das, wenn das halt alles nicht passiert wäre und stattdessen der Wolter das durchgezogen hätte, was er mit dem Rainer vorgehabt hat, ich glaube, dass er den halt sozusagen als Fitnesscoach irgendwie dünner bringt oder so, das wäre vielleicht schon, Vudel, du hast das falsch verstanden, wirklich. Das war ein Tag im Leben vom. Was Kevin Wolter da durchgezogen hat, war das, was er wollte. Mehr wollte er eigentlich gar nicht. Rainer hatte dann die Idee. aber er hat ja gesagt. Rainer hatte dann die Idee. Du könntest, wir könnten ja mal pumpen gehen oder du könntest mehr einen Fitnessplan, damit hat Kevin Wolter dann gesagt, ja, wenn du magst, können wir das mal machen. Aber das war niemals die Intention von dem Kevin Wolter da hinzufahren und jetzt Rainer unter die Arme zu greifen und mit ihm dann ein Fitnessprogramm durchzustehen. Seine Intention war, noch netter in Erinnerung, also wahr. Ja, also seine Intention war diesen einen Tag im Leben von und das wollte er da durchziehen und das hat er bekommen. Ganz einfach. Das war's. Ja, dafür hat er nachher kassiert, das passt. Ja, ja, der hat ja, der hat ja richtig den Rudermeister gemacht, dass der Rückenschmerzen gekriegt hat, war klar. Das weiß er nicht. Aber das ist nicht ganz unverdient war, hat er später in seiner Karriere gesehen. Du, ich hab den nicht weiterverfolgt. Keine Ahnung. Ich schon ein bisschen. Ich hab mir, ich hab mir, bei den Schnörre-Satern hab ich mir, bei Drache Selfer, da war auch schon Kevin Wolter dabei. Das ist übrigens ein sehr empfehlenswerter Kanal. Ja, äh, die machen diese, diese Dokumentation, äh, Drache Selfer. Sehr, sehr gute Videos. Ja, da war ich gerade erst vor kurzem, glaube ich, haben die doch Herrn Wolter gebracht. Das war, das ist wirklich, sehr, 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 sehr gute Doku. Doch, richtig eine Doku. Aber ich sag mal, wenn jetzt einer Rainer vorschlagen würde, ey Rainer, äh, kauf dir so einen Handyhalter, kauf dir so einen Handyhalter für die, für die, äh, fürs Fahrrad und eine GoPro und so weiter, wo du dann irgendwie zwei Bilder streamen kannst, einmal dein Gesicht und einmal wo du hinfährst oder nimm vielleicht noch jemanden mit. Frag doch den Ben oder den Guido. Ja, ob sie mitfahren. Dann hast du immer noch einen, der filmt und so weiter. Mach das doch. Und dann sagst du, ich fahr jetzt von Hamburg nach München. Ich nehme mir dafür eine Woche Zeit. Äh, das ist selbst für Rainer zu schaffen. Ja, ich sag mal, naja gut, für Rainer wird's eng. Na, ich nehme mir drei, drei Monate Zeit. Aber ne, er könnte ja so eine, so eine Challenge einfach machen. Ey, das, das würden sich die Leute angucken. Das, das würde auch, ich sag mal, davon würde auch einfach, einmal, es würde eine andere Berichterstattung geben. Es würde wahrscheinlich in den Zeitungen kommen. Ey, hier, Rainer, der, der Drachenlord, hat vor, mit seinem wahnsinnigen Gewicht, will er das schaffen, von Hamburg nach München, mit dem Verrat. Er wird alles live dokumentieren und so weiter. Äh, das. Ja, du weißt aber schon, wie sich das anhört, oder? Ich meine, es klingt nicht, es klingt nicht nur utopisch. Es klingt nach Aufmerksamkeit und wenn er das durchziehen würde, dann, ich sag mal, er würde niemals so einen Fritz Meinecke Hype bekommen. Auf keinen Fall. Weil dafür einfach Fritz Meinecke meiner Meinung nach zu sympathisch ist und Rainer halt nicht. Ähm, aber es würde einen kleinen Hype geben. Es würde einen kleinen Hype geben und ich glaube, da, wenn der unten in, in München ankommen würde, hält er das Geld für den Führerschein zusammen. Ohne Probleme. Sag ich dir, wie es ist. Und dann, wenn er schlafen geht, also zum, äh, übernachten, nimmt er sich keine Hotels, sondern er hat ein Zelt mit oder so. Er kann sich dann ja vorher bei den jeweiligen Behörden dann immer anmelden. Ey, darf ich hier über Nacht das Zelt aufschlagen, bitte? Äh, ich mache hier gerade so ein Projekt für, fürs Internet. Ähm, wäre, wäre halt super nice von euch. Ich werde euch ja positiv erwähnen und so, dass ihr mir, dass ihr mir da keine Steine in den Weg legt, dass ihr total nett wart. Die Leute würden bestimmt ja sagen. Oder vielleicht haben sie auch vorher schon in der Zeitung gelesen oder so. Das, das wäre für Rainer ein Ding. Aber weißt du, was Rainer dann sagen würde? Ja, dann kauft ihr mir doch erstmal ein Fahrrad. Ja, das sowieso. Das würde, das würde kommen. Kaufen, stellen einfach. Ja, er kauft mir ein Fahrrad. Besten eins mit Motor. Sonst wird das nix. Ja, er braucht dann schon Elektrofahrrad. Nee, richtig, ein normales Fahrrad. Ja, ja, und sie müssen ihm natürlich auch die Hotels zahlen. Wie gesagt, das müsste er, das würde er als Content mit Survival gleich in eins durchmachen können. Das wäre, das wäre Content, den würde ich mir anschauen von Rainer. Ja, ich würde natürlich auch kommentieren, klar. Ähm, aber vielleicht gar nicht so negativ, wie man denken würde. Das wäre einfach eine Idee. Wenn man sehen würde, wie er sich abmüht. Und wenn er dann komplett fertig ankommt, ist es egal, wie weit er kommt. Ja, und dann würde ich aber sagen, der hat jetzt gerade, er hat jetzt gerade für dieses Projekt, was er fordert, hat er jetzt gerade alles gegeben, was er kann. So, und wenn der am Tag, weiß ich, sagen wir mal mit, was fährt der im Durchschnitt? Der fährt ja keine 20 kmh im Durchschnitt im Fahrrad. Nein, glaube ich nicht. Lass ihn 10 kmh fahren. Mit 5 läuft man 10. 10 würde ich ihm zusprechen. Es geht ja bestimmt öfter mal bergab. 4 Stunden. Es geht ja mal bergab. Über 4 Stunden, 40 km. 10 Tage, 400 km. 20 Tage, er nimmt sich einen Monat Zeit. Dann kann er auch nochmal einen Tag Pause machen, zwischendurch oder so. Er macht jetzt das in einem Monat. Ey, das wäre Content. Und wenn er zeigt, am Ende des Abends, am Ende des Tages, da ist, und sagt, ey Leute, jetzt drücke ich mir erstmal hier eine Yum-Yum-Packung rein. Oder jetzt drücke ich mir ein Sandwich rein. Leute, bin ich fertig. Meine Beine tun weh. Dann würde ich sagen, weißt du was, du hast jetzt was geschafft. Auch wenn es natürlich nicht zu vergleichen ist, dass er jetzt 40 km Fahrrad fährt, mit jemandem, der jetzt, was weiß ich, 10 Stunden auf dem Bausch schaffen geht. Nein, das würde ich ihm schon anrechnen dann. Also auch wenn er sagt, wenn er nur 50 km schafft, ist schon gut. Ja, das würde ich ihm aber anrechnen. Das würde ich ihm für sein Gewicht und so weiter, würde ich ihm das anrechnen. Er würde für seinen Content, für seine, naja, sagen wir Fans, für seine Zuschauer, du hast es ja mal genannt, die Schaulustigen, die Schaulustigen, da würde er was bringen. Die Katastrophentouristen. Ja, eigentlich gesagt. Da würde er, da würde er Content bringen und würde was leisten. Und das wäre mal was Neues. Das wäre für Rainer einfach mal was Neues. Ja, das ist halt undenkbar sowas. Das, was wir da hier machen, ist halt wirklich, wir schreiben Fantasiebuche. Wir sagen ja immer, der wird niemals, wird der seinen Ruf in was Positives verwandeln können. Aber wir haben jetzt gerade eben eine Möglichkeit gefunden, wo er mit anfangen könnte. Er könnte einen leichten Hype kriegen und so weiter. Auf einmal berichtet vielleicht die Presse auch etwas Positive bei ihm. Er könnte dann, was weiß ich, wenn er irgendwo ankommt und da warten schon Leute, könnte er einfach Fotos mit denen machen oder ein Autogramm geben und so weiter, ohne die Leute anzubreuen. Ich meine, der hat mich ja, als der jetzt in Emskirchen da war, der hat mich ja an diesen Eduard Käseberg erinnert, der einfach grundlos die Leute angebrüllt hat. Ja, der ist ja komplett wild gewesen. Wenn er da, weiß ich nicht, die Presse wird ihm bestimmt auch mal ein Foto davon machen oder so, wenn er irgendwo ankommt. Und dass er dann einfach irgendwie, weiß ich nicht, in die Hand hochmacht zum Winken oder so oder wenn Leute ihn da grüßen, dass er zurückgrüßt. Er könnte ja, er könnte ja eine gemütliche Radeltour machen. Aber das wird wohl nicht passieren, wenn ihm keiner ein Fahrrad kauft. Und selbst dann? Und ihn dann zieht mit dem Auto. Ich meine, selbst dann könnte ich mir vorstellen, dass es wird, wie dann mit diesen Dewald-Werkzeugen, die er dann bekommen hat und die komischerweise zwei Tage später immer aus dem Bereich Emskirchen da bei Ebay-Kleinanzeigen drin standen waren. Der würde jetzt ein 1.000-Euro-Fahrrad bekommen und dann wäre zufälligerweise wahrscheinlich ein 1.000-Euro-Fahrrad gerade bei Ebay. Das braucht er dann... Das ist kaputt. Das ist kaputt, ja. Ja, aber ich würde ihm das nicht nur gewichtstechnisch, sondern halt auch faulheitstechnisch, das wäre ein richtiger Boost, in Wahrheit. Wenn du das schon sagst, okay, sagen wir mal, er schafft 50 Kilometer, ist ja nicht nur die Konstitution, die er hat, sondern halt auch dieses absolute nie irgendwas durchziehen in seinem Leben. Das wäre so, so anders. Er könnte aber mal... Ich würde nichts davon hate, weißt du, ich würde ihm vielleicht nachfahren und ihm anfeuern, nachdem er es 2-3 Tage gemacht hat oder 4. Ich glaube sowieso, dass ich dann Leute... Ich glaube sowieso, dass da Leute sich aufs Fahrrad schwingen würden und da irgendwie mitfahren würden. Aber wenn Rainer dann... Weißt du, wie in dem Rocky-Film so, dass auf einmal alle mitjoggen. Ja, ja. So, wenn Rainer dann nicht die Leute anschreien... Ich würde eben ihm herfahren und mit diesem Rocky-Soundtrack einfach so ihn verfolgen, halt. Wenn Rainer dann die Leute nicht anschreien würde, sondern sagen, ey, nice, hier, komm, ihr zieht mit mir durch oder so, weißt du, die Leute dann irgendwie auf seine Seite bringen würde dann. Ja, da läuft einfach mal ein Stückchen mit oder so. Ich fahre mich langsam extra für euch, dass es Spaß hat, weil er halt nicht schnell ist. Das könnte er ja bringen, so zum Spaß. Wenn man drüber nachdenkt, hat man irgendwie so ein Grinsen im Gesicht, oder nicht? Ja, ja, klar. Es wäre was, was... Ja, aber das ist jetzt so... Aus dem Antagonisten, dem Protagonisten Superfilm machen, das ist halt absolut unwirklich. Ja, klar. Komplett unrealistisch. Es wäre gar nicht so schwer eigentlich. Aber vielleicht würde er selber merken, wenn der auf einmal 50 Kilometer Fahrrad gefahren ist an einem Tag. Ich meine, wir haben ihn auf seinem Fahrrad gesehen. Der schafft... Der hat irgendwie... Was war das Lächste? Zwei Minuten oder was? Sechs Minuten, acht Minuten oder so. Da war aus. Ja. Wenn der aber mal dann irgendwie drei, vier Tage in Übung ist und dann fährt der auf einmal und dann merkt er, ey, ich habe 50 Kilometer heute geschafft und sitzt da und ist dann mit sich selber zufrieden und nicht dieses Trotz zufrieden mit, ich bin sowieso das höchste Wesen, sondern er ist wirklich aus tiefstem Inneren mit sich zufrieden. So, ich glaube, das würde in ihm auch ein anderes Gefühl auslösen. Wir kennen das, glaube ich, alle, die mal im Gym waren, die sich richtig ausgepowert haben, die gehen mit einem Lächeln im Gesicht nach Hause, auch wenn alles wehtut. Du bist ja auf dem Zahnfleisch. Ja, trotzdem grinst du dabei, weißt du, das Sport setzt ja auch Endorphine frei, das setzt Glücksgefühle frei, du hast ja, du hast ein anderes Gefühl nach dem Sport, weißt du? Ja, das kennt er ja gar nicht. Man weiß gar nicht, dass das existiert. Jetzt sind wir aber auch schon wieder komplett abgeschweift. Wir haben die Flugstunde aber auch durch. Ich weiß gar nicht, um was es eigentlich jetzt gegangen wäre, aber es macht nichts. Ist egal. Was ich als Denkanstoß hier kurz vielleicht bringen möchte, weil du gesagt hast, wenn er wirklich das mit dem Rat machen würde und er fragt irgendwo, hey, kann ich hier mein Zelt aufstellen? Wie erlaubt ist denn das eigentlich, dass er da so diese Umweltverschmutzung da im Wald macht, rund ums Kirchen? Naja, das ist auch schon sehr wild. Aber er hätte jedes Mal, wenn die Wolderhates da waren, oh, hier haben wir das Kirchen verschmutzt. Das ist, naja. Weil wie sie seinen Zeltplatz da gefilmt haben, da war schon recht müllig. Na, außerdem, darf man das überhaupt? Darf man einfach so im Wald schlafen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, Bivakieren ist erlaubt. Das ist aber irgendwie, man findet jedes Mal ein anderes Gesetz irgendwie. Also, angeblich ist überall außer Berlin ist das erlaubt. Jetzt habe ich aber, ich glaube, jetzt will ich hier keinen Falschen sagen. Es war entweder Lamedl oder Vazija. Da müsste ich mal nachschauen. Die haben mir Artikel geschickt. Ich meine... Wie erlaubt das ist, ja. Wahrscheinlich wird es einfach geduldet. Ja, wahrscheinlich. Was wollen sie denn tun, in Wahrheit? Ja, ja, ja. Ja, sie können ihn vertreiben. Okay, ja. Also, so mit den Obdachlosen, man darf ja eigentlich nicht Landstreicher oder Stadtstreicher sein. Ja, klar. Aber was wollen sie denn machen? Ja, ich finde es auch gerade nicht. Ich weiß nicht, wer es mir geschickt hat. Irgendjemand hat es mir geschickt. Oder war es vielleicht sogar Liverpool? Liverpool schickt mir auch immer nice Infos. Liverpool hat auch immer alles irgendwie im Blick. Das ist ein richtig nicer Dude. Ich finde es auch gerade nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Wir werden für Part 2, wie gesagt, hoffentlich stellen die Leute uns Fragen. Hoffentlich haben sie Lösungsverschläge. Gerne auch solche Sachen, was Rainer machen könnte. Was könntet ihr euch vorstellen? Auch wenn es nur so ein Fantasieszenario ist, wie von uns beiden jetzt gerade. Wo man sagt, irgendwie mit dem Fahrrad einmal quer durch Deutschland. Sagt gerne euren Vorschlag. Vielleicht liest Rainer das ja irgendwann mal. Wir werden es in Part 2 erwähnen. Vielleicht hört Rainer das ja auch irgendwann mal. Vielleicht lässt er sich aber was sagen. Wir werden sehen. Vielleicht haben wir ja gerade das Game gechanged hier. Ja, ja, klar. Nach elf Jahren ist der Knackpunkt. Nach elf Jahren. Jetzt lässt er sich Sachen einreden. Ab jetzt ist es vorbei. Ja, ist so. Ja. Das ist ein immer das höchste Wesen. Ist klar. Ja. Ja gut, vielleicht. Ich denke mal, Demon wird das ja auch schauen hier. Vielleicht. Kann Demon ihm ja immer den Floh ins Ohr setzen, wenn er mal wieder mit ihm im Discord ist. Ja, okay. Das kann sein. Ja gut. Pflichtschule ist durch. Nächstes Mal haben wir noch einen anderen Gast dabei. Wer? Wird noch nicht gespoilert. Er hat auf jeden Fall gerade zugesagt. Er wäre auch schon jetzt dabei gewesen. Hat aber keine Zeit gehabt. Aber ich sage mal so, es ist ein nicer Dude. Es ist ein nicer Dude. Gut, da gibt es mehr Möglichkeiten. Außer ich. Okay, okay. Du hast mich dann ausgeladen. was nächstes Mal ist aber nett. Nee, ich habe ja gesagt, er ist auch noch dabei. Ich würde mal so sagen, er ist nicht nur ein nicer Dude, er ist ein nicer Dude. Okay. Jetzt war da genug Spoiler. Also wer jetzt nicht drauf gekommen ist, der wird nicht mehr drauf kommen. Gut. Ja gut. Fodl, willst du Tschüss sagen? Sagen wir durch. Ja, wir haben nichts erreicht. Wir haben überhaupt nichts erreicht. Ich bin immer dabei bei sowas, wenn es sehr lange um gar nichts geht. Ich habe immer noch meine ganzen vier Zettel hier vollgestellt. Wir haben noch nicht, wir haben nichts davon im Endeffekt abgearbeitet. Ja, das ist, weil du mit deinem Hirngespinst da so steil gegangen bist. Ja, aber das hat mir jetzt überhaupt Spaß gemacht. Ja, ich weiß, dass du dich das abholst, weil du einfach ein Träumer bist. Ja. Ein wenig. Ein synchronisch positiver Mensch. Richtiger, richtiger Minuskoppel. Richtiger Minuskoppel. Ich kriege ja Müllmetschen. Immer diese Positivdenkerei. Kann es auch nicht leiden. Ja. So, tschüss. Hat mich gefreut. Danke fürs Dabeisein, Leute. Danke, dass ihr mitmachen dürft. Mell off. Ja, viertel. Danke, dass du dabei warst. Hoffe beim nächsten Mal wieder. Dann im Dreier hier. Machen wir einen flotten Dreier. Ich will einen flotten Dreier. Und ja, liebe Leute, ich hoffe, es hat euch ein wenig gefallen. Schreibt gerne Sachen rein. Eure Vorschläge, eure Fragen und so weiter. Ja. Und dann hoffe ich, wir sehen uns im nächsten Video, im nächsten Stream wieder wieder. Bis dahin. Werdet oder bleibt gesund. Passt gut auf euch auf. Ganz, ganz, ganz viel Liebe an euch. Metal off.